Guten Morgen, wir haben einen vollen Tag, wir fahren jetzt zu Radio RS2 und dann noch zu einem anderen Radio und dann fahren wir die anderen Jungs besuchen im TV-Studio. Wir sind nämlich heute bei Klaas heute Abend in seiner Late-Night-Show und wir spielen heute zum ersten Mal unseren Song, When It Rains It Pores, live im Fernsehen. Und da haben wir noch RTL, dann haben wir noch den Leon, den treffen wir heute auch noch auf dem Interview, also wir haben heute einen ganz, ganz vollen Tag. Ehrlich gesagt aber gar nicht so viel anders als meine anderen Tage auch, nur dass die anderen Jungs heute auch mal arbeiten. I'm just a simple man, but I've got light on my hands. Das sind Hundespiel-Sachen. Das ist aber sehr nett von dir. Wir haben alle einen Hund tatsächlich. Es wird er liegen, der wird ausklippen. Das ist für den Kleinen von Georg, dachte ich ja. Ganz süß. Ein kleiner Oma. Sehr gerne. So, wir sind jetzt fertig mit Radio und besuchen jetzt die anderen Jungs, die hoffentlich schon da sind, wenn ich komme. Und dann machen wir noch ein paar Interviews und dann geht's schon mit Klaas weiter. So tief und fest geschlafen. Ach, ja, ich muss schlafen, wo ich kann, diese Tage, die so busy sind. Dankeschön. Ciao. Hi, ihr Mäuse. Hallo. Wunderschönen guten Morgen. Die Jungs fangen heute um 14 Uhr an zu arbeiten. Das ist ein bisschen früh eigentlich, aber... Normalerweise geht es bei mir 17 Uhr los und so 17.45 Uhr ist es vorbei. Ich habe schon mal 300 Interviews gemacht, weil Georg wollte wieder, dass ich sein Album promote und muss ich halt wieder ran. Ja. Schön viel reinmachen, dass das nicht so, dass das irgendwie nicht so absteht. Ich finde das eh besser, wenn da auch ein bisschen mehr drin ist, wenn ihr nicht so trocken seid. Entschuldigung, die sind da wohl seidig glänzend. Das sind so Borsten. Borsten. Was lass denn du da mit deinen Borsten? Setz mal deine Ritter ab. Georg, wenn ich dich schon mal mitnehme ins Fernsehen, dann kannst du auch mal gut aussehen. Dann darfst du mich nicht wieder von mir an. Die waren hier ja total lang, die Haare. Und ich meinte so, die müssen hier drüben bleiben, weil das steht sonst immer so ab. Die müssen so lang bleiben, dann kannst du die oben ein bisschen schneiden, so anpassen. Er so, ja, ja, kämmt die so rüber. Und mal zack, war die erste vorne komplett ab. Und ich dachte so, ist nicht dein Ernst jetzt oder was. Er so, nee, nee, du hast da einen Wirbel, das muss ab. Ich so, ich hab dir aber ein Bild gezeigt, genauso möchte ich's. Nee, nee, ich bin Architekt, ich bin Architekt, ich mal, vertrau mir, vertrau mir. Du willst trotzdem wieder, was ist das von Tokio Hotel? Das wächst wieder. Ja. Ja, das muss ich, das muss ich wieder verweichern. Machen wir denn jetzt. Ja. Jetzt, davon sind wir aber stecken geblieben. So, jetzt unten, nee. Jesse, dass du uns da jetzt antun, du machst uns alles kaputt. Boah, du bist echt gut im Lügen, ey. Aber wie er das auch drauf hat, ne? Das hat er studiert, ja. Wenn du mal weinen musst, wenn ich das nicht gleich schule. Ich brauch keinen Macho und ich steh nicht auf Helden. Und alles, was dazwischen ist, bitte melden. Beherrschte all die Sachen, die mir wirklich Freude machen von A bis Z. Natürlich auch die Invers. Bist du tolerant, interessant, besser muss auch mal abgebrannt. Scheiß drauf, das nehm ich gerne in Kauf. Ich will den Mann. Das war ein Bild, du brauchst nicht hier. Also, für alle, die sich trauen, wie gesagt, wir haben gerade, er ist schüchtern, er hat sich jetzt getraut, das einfach zu sagen, was er gerne hätte im Leben. Das tut doch nicht so. Tom hat da früher mit mir eine Choreo zu einstudiert im Kinderzimmer. Nein. Wir würden jetzt nicht freuen, wenn er das keine gehabt hätte. Ja. Das hat Belinda Bögebrett immer vor mir. Mit unserer Freundin. Da haben wir mit unserer Freundin Lisa zusammen. Und für dich finde ich scheiße. Nee, das war zu, das war zu. Ich fühle mich always ultra. Ja, das war bei dir auch. Das, was du auch getanzt. Das haben wir alle gut. Nee, das hab ich nur gereppt. Was muss ich tun, um eine Einladung zu bekommen? Kannst du nicht viel machen? Kann ich. Aber wenigstens ehrlich, ne? Ich hab mich auf ein Trinkenspiel gefreut, aber gut. Will ich spiel? Nee, die Zeit sind vorbei. Die Zeit sind vorbei. Die Zeit sind vorbei. Vor fünf Wochen war ich das letzte Mal bei der Weinmesserung, da hab ich richtig voll laufen lassen und damit muss es jetzt auch reichen. Vor fünf Wochen ist jetzt auch noch nicht so lange, ne? Nee, nee, exakt. Die Zeit sind vorbei. Das ist ganz knapp im Zackstrahl der Menschheitsgeschichte. Es ist ein Augenausschlag, dass du zu spät kommst. Aber du kannt ja vorher noch was trinken, wo ich dich. Kommt doch einfach betunken und vorbei. Der Tata geht schon weg. Der Tata geht schon weg. Das ist ein Rapp. Wir sind fertig. Es war der erste Tag der Arbeit für die Leute. Sie waren sehr glücklich. Es war der erste Tag der Arbeit dieses Jahr. Und wir sind fertig. Es war lange. Und ich muss noch ein paar hundert von diesen Tagen machen, aber sie gehen wieder auf Freitag. Wir werden chillen. Erstens. Frankfurt. Okay. Erstens. Stopp. Für dreieinhalb Stunden Schlaf. Es ging ganz gut. Interviewsradio ist fertig. Ich habe jetzt drei oder vier Sendungen gemacht. Presseinterviews habe ich auch gemacht. Und jetzt treffe ich die anderen, die länger schlafen konnten mal wieder in Köln. Und jetzt machen wir heute Abend noch Städte. Wer wartet ihr? Wir warten nach dem Künstler. Und du? So warst du auf mich? Wunderschönen guten Tag. Achso, ich lasse das Krupp vielleicht mal jemanden an. Boini. Na Prinzessin? Na ihr Süßchen. Was war das für Land? Ja. Was ist das für Land? Was ist das für ein schönes Wetter? Ja. Man möchte eigentlich irgendwann auch mal eine Nacht mehr als vier Stunden schlafen, wenn du in Deutschland bist? Würde ich gerne, ja. Ja. Musst du mir mal mein Ketchup ein bisschen freiräumen. Wie wäre es denn, wenn man nicht jede Nacht bis um sieben Uhr morgens feiern geht? Ich war nicht bis sieben Uhr feiern. Bis um drei. 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 Bis um drei. Aber wir haben gefeiert für einen guten Zweck, ne? Ja, das ist immer. Saufen für einen guten Zweck finde ich gut. Oh nein! Erzähl doch mal einer, was da passiert. Mann, der kotzt auch noch drauf und dann isst er es noch mal weiter. Jungs auf den Neuen. Oh nein. Na, ich bin fertig. Ich bin fertig, ich bin fertig. In der Neuen sind. Oh nein. Oh ihr ritzt. Ich war es am 6.30 Uhr in Hamburg, dann war ich in Frankfurt, Cologne, und jetzt ist es am Abend, nach dem Abend. Und wir sind fertig, endlich. Boys, wir sind fertig, cheers! Cheers! Wiedersehen! Cheers! Cheers! Cheers!